Glück auf und Vorhang auf zu den Kroningen einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hunskrab und da sind wir wieder. Ja Freunde, es hat jetzt ein paar Tage gedauert, wo keine Folgen kamen, aber ich muss dann ganz kurz ein bisschen den Ton leiser drehen, so, so, ein bisschen einpegeln, wo jetzt ein paar Tage keine Folge kamen und das tut mir irgendwo auch leid, aber es ist momentan einfach so viel, was ich um die Ohren habe, das hatte ich auch schon mal so halbwegs angekündigt, dass da ein bisschen weniger kommen wird in nächster Zeit. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, es ist natürlich immer schön, wenn viel kommt, aber es wird jetzt ein bisschen unregelmäßiger sein, das wird sich vielleicht auch irgendwann wieder geben, aber ich werde mal gucken, immer wenn ich jetzt Bock habe und Zeit habe, dann werde ich aufnehmen, das heißt, es kann auch mal sein, dass vielleicht nur eine Folge in der Woche kommt, dieses täglich folgen, das kriege ich momentan überhaupt nicht hin, aber ich dachte mir, ich gar nichts mache und ihr überhaupt nichts mehr von mir hört und euch vielleicht sogar irgendwie Sorgen macht oder so, da mache ich lieber ab und zu mal was und ja, und heute ist ja Dienstag, der traditionelle Minecraft-Anfangstag sozusagen, denn gestern war ja Morgangstag und die Woche davor war halt ganz schlecht, aber der Bürgermeister war nicht untätig, herzlich willkommen in der Hunskrauber Marktkellerhalle, Marktkeller, Kellermarkt habe ich erst gesagt, hmm, Marktkeller, Kellermarkt, ja, ihr seht schon, ich war fleißig, ich habe gebuddelt wie so ein gestörter und habe das hier alles ausgehoben und ich möchte euch natürlich auch zeigen, was es mit sich auf sich hat, also auf sich mit sich mit sich auf sich hat, hä, was ist das für ein komischer Satz, was das, was das zu bedeuten hat, mein Gott, äh, A, da habe ich verdammt viel Cobblestone, ich habe schon einmal was zum 3M-Landpalast gebracht und einmal was zum Steine Lager und es ist immer noch so viel da, ich nehme mal hier ein paar von mit, ne, so, und ich nehme auch mal Glasscheiben mit, das heißt, ich brauche diese hier, ne, die brauche ich und ein paar Fackeln habe ich, okay, Lampen habe ich auch, ja, da können wir erstmal mit arbeiten damit können wir erstmal arbeiten ja, und während hier das schöne Hunskrauber Lied erklingt, äh, machen wir uns mal in die Arbeit ah, ich sehe schon, ich sehe schon, Geld habe ich auch mit, um hier mit den Typen zu handeln, ne, die haben nämlich ganz gute Angebote er hier zum Beispiel verkauft, äh, Smaragde und gibt dafür Ziegelsteine und man kann hier 10 Trockenbetonklumpen also, äh, Tonklumpen brennen, Trockenbeton Tonklumpen brennen und kriegt dann 1 Maragd und mit 1 Maragd kann man dann wieder 10 Ziegel kaufen das heißt, wir können sozusagen kostenlos in begrenzter Anzahl, äh, Ton in Ziegel verwandeln, indem wir jetzt einfach nur handeln, ist total gut eigentlich, ne also wenn ich jetzt hier mal sage ich nehme jetzt hier mal, sagen wir mal für 6 äh, nehme ich die jetzt mal raus dann habe ich 60 Ziegel ich finde das ist gar nicht schlecht sieht erstmal teuer aus ist es aber nicht, ne ist es eigentlich gar nicht und ist er schon ein Level weiter Geselle ist er jetzt lass dir mal was einfallen, Herr Geselle und hier auch unser Bogner hat auch ganz gute Angebote zum Beispiel kann man hier für Stickies sozusagen, äh, 2 Weißmarkte für, äh, ne hier kommen Stickies verkaufen zack und jetzt habe ich schon wieder 20 voll und dafür kann ich auch Bögen kaufen oder Pfeile, total gut und dann kann ich wieder bei ihm handeln und bei ihm und bei ihm und bei ihm und das war ja, kam ja von euch diese Anregung, dass ich doch hier auch bitte die Hunsgraber Dorfbewohner mit einbringen in die ganze Geschichte, habe ich jetzt, ja habe ich da ähm, dass die mit einbringen in die ganze Geschichte und das möchte ich auch tun, äh, es soll also natürlich auch wieder der Fernhandelsmarkt hier weiter getrieben werden, damit die, äh, zukünftigen Bewohner des 3 Elbenlandes hier schön Fernhandel betreiben, das war sehr gut Fernhandel betreiben können das ist ja ganz wichtig, aber es soll auch, äh, der Stadthandel sozusagen der Wochenmarkt soll hier, äh, florieren, damit, äh, hier die ganzen Händler und, äh, Händler ja, Händler sind es ja schon, aber die ganzen Handwerker hier ihre Sachen verkaufen können, ne, das ist mir auch ziemlich wichtig und wir müssten das hier jetzt nochmal abtrennen denn hier soll überall warte, können wir eigentlich gleich machen hier ist noch eine Katze vielleicht muss hier auch der Katzenhändler hin ja, und ich weiß, ich muss eigentlich auch an dem, äh, an der Arche weiterbauen aber wie schon gesagt, momentan ist alles ein bisschen anders muss ich hier mal gucken das ist falsch der muss nämlich einen rüber weil hier ist der Weg ja und der ist ja fünf breit der Weg das ist ja die breite Straße sozusagen Mitte des Marktes ich habe das alles sehr großherzig, äh, geplant das seht ihr ja auch schon an den Dimensionen hier äh, wie viel Platz hier für die, äh, Marktstände der, äh, neuen Bewohner sind das ist schon echt krass das ist sehr großzügig geplant eigentlich zu großzügig fast schon aber man kann halt einmal rumgehen und man kann auch, äh, von vorne reingehen und hier auf der Fläche, wo das Holz ist darf ja dann gebaut werden hatten wir ja gesagt, ne so, und hier überall anders hin okay, da kann ich mir gleich noch ein bisschen glatten Sandstein machen das ist auch ganz praktisch dass man die Werkzeuge alle gleich hier hat, ne man kommt nicht von überall ran von hier kommt man ganz gut ran so, zack und dann kann man sich nämlich gleich ach komm, wir können gleich alle machen ist egal Sandstein habe ich auch genug ähm, da müssen wir nicht zimperlich mit sein und ihr seht schon hier macht der Markt so eine kleine Biegung hier macht er so eine kleine Biegung und zwar wird er dann hier werden alles Marktstände hinkommen für Dorfbewohner das heißt, hier werden lauter, äh, Marktstände für, hier unsere, ne Händler hinkommen ich weiß noch nicht, ob ich das dann mit dem Abstand einhalte weil hier in den Mauern kann ich ja sozusagen keinen Marktstand hin machen, ne im Grunde kann da der Marktstand auch weg das kann eigentlich weg da kann eigentlich wie so ein kleiner Platz hinkommen, ne hier so und da oh ja, mit der Effizienz, äh mit der Effizienz-Spitzhacke ist es ein bisschen schwer das im Zaum zu halten jetzt habe ich das weggehauen und baue es wieder hin eieiei man haut immer gleich mehrere weg es ist einfach überhaupt nicht vermeidbar so jetzt schaut mal dann haben wir hier nämlich so einen Durchgang und dann können wir hier ah, naja gut zwei Marktstände hin machen statt dreien das heißt, hier hinten ist das eigentlich Quatsch, oder? hier kann so einen Doppelmarktstand hin aber was soll dann hier hin? ne, hier machen wir auch ich, naja, ich möchte hier nicht ganz rangehen das ist das Problem-Ski, ne hier können wir das dann durchziehen und hier kommt ja hier auch keiner hin da müssten wir es hier eigentlich auch so machen ja, ihr seht schon das ist, äh erstmal eine Menge Planerei vielleicht kann man hier so eine kleine Sitzecke hin machen oder so wie schon gesagt ich möchte den Markt nicht zu sehr beengen zumindest hier in dem vorderen Bereich nicht obwohl das natürlich auch gerade eine Markt-Atmosphäre ausmacht, ne wenn es so ein bisschen enger ist oder ich baue den einfach so ein Stück rüber das würde ja auch gehen ah, dann ist er nicht mehr symmetrisch mit den hinteren ei, 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 ei Freunde äh, muss ich mir nochmal überlegen wie ich das genau gestalte eigentlich kann das hier so durchgehend sein, ne das ist schon richtig das ist schon korrekt eigentlich können wir das durchgehend lassen ja, und so geht das die ganze Zeit und das hat mich selber schon ein bisschen, oh, gefordert sag ich mal mhm, hier mit der ganzen Planerei wie man das denn dann macht also der obere Bereich ist so gut wie fertig wie schon gesagt hier ist dann halt so ein Durchgang ähm hier habe ich das aber auch so gemacht ja, muss ich nochmal überlegen obwohl mir das ganz gut gefällt wenn hier so ein Doppelstand hinkommt und hier kämen ja dann auch überall Marktstände hin, ne das heißt, hier kämen überall wird es jetzt dunkel ich hoffe doch nicht kann passieren ab und zu wird es auch mal dunkel hier kommen überall Marktstände hin äh, wo dann die einzelnen Handwerker reinkommen und hier könnte sogar ein etwas breiterer Marktstand hin oder aber auch, äh halt etwas völlig anderes so ein paar Gelegenheiten also so ein paar Möglichkeiten möchte ich mir auch noch offen halten wir können das ja nicht durchgehen lassen die Straße und dann, äh, warte mal das machen wir auch die hauen wir mal weg ist ja nur angedeutet, ne was hier, was ich hier Straßen nenne so großherzig oder groß, äh, tönig sind ja eigentlich äh, ja, ist, ne, ist Mittag äh, sind ja eigentlich keine Straßen sondern das sind nur so Wege, wo dann die Handelstreibenden lang gehen können, ne jetzt brauchen wir aber gerade auch sehr viel von diesem ganz glatten Sandstein so, ne äh, und hier kommt dann wieder der hin zack, zack und zack und zock so genau äh, hier machen wir das alles so und die Marktstände gehen dann aber nach da noch weiter äh, wie weit weiß ich noch nicht und im Endeffekt wenn das alles mal fertig ist und wenn das so wird wie ich es, wie ich es geplant habe soll das dann so ein U werden äh, hier unten kommen jetzt überall mh, hier, Redstone fucken rein und obendruf kommen dann überall, äh, die Lampen so obwohl ich mir auch schon gedacht habe für die Marktstände ist es eigentlich gar nicht so optimal weil am besten wäre es eigentlich warte mal ich mach das nochmal weg äh, so ich mach das hau das alles nochmal weg alles nochmal weghauen ja, können wir auch hier das reinmachen weil für die Marktstände wäre es eigentlich besser wenn in der Mitte wenn in der Mitte dann tatsächlich die, äh, die Werkbank steht die der Marktkerl verwendet weil hier werden ja nur ein breit ne, das heißt wir machen hier überall den hier passt auf dann müssen wir uns beleuchtungstechnisch was anderes einfallen lassen man könnte natürlich sagen hm das heißt hier müssen die ja auch wieder weg die Lampen na gut, sparen wir ein paar Lampen allerdings wird es dann auch wieder ein bisschen dunkler hier ähm jetzt baut er schon mal was und dann reißt er alles wieder ab aber das gehört dazu, Freunde äh, Moment du kommst auch weg du kommst auch weg zack, zack alles einsammeln die kann bleiben da kämen wir dann hier die nächste hin das heißt eigentlich käme dann hier die nächste hin ne hier käme eine hin dann halten wir hier die Abstände auch nicht ganz ein hm ja, das ist hier alles ein bisschen asymmetrisch geworden muss ich ja zugeben aber das ist nicht so schlimm dann würden wir nämlich hier die die Lampen hin machen die Fußbodenlampen auf den Weg auf den Wegen die Fußbodenlampen und oben drüber dann äh, halt immer so, ne klar, hier käme dann überall Beleuchtung rein zack, hier Earth auch so, und die nächste käme dann hier hin ich kann das ja schon mal so vorkloppen vorklöppeln dann käme die nächste wieder hier hin die nächste käme dann wieder hier ja, weil hier ist ja wirklich auch nur drei breit, ne hier käme das dann jedes Mal auf die Ecke und das ist schon ordentlich Beleuchtung also, äh, es sind natürlich viele Lampen die wir hier dann verbauen hier käme dann die nächste hin so oh, ein Lied von Opa spielt wie schön ja ja, ich weiß hier liegt jetzt überall Material drin aber wisst ihr, Leute oh, ja wenn man hier so viel, äh, Stein gekloppt hat irgendwann hat man so, so viel Stein in den Kisten dass man dann schon mal ein bisschen verschwenderisch wird das, äh, passiert dann schon mal so, warte mal, den glatten nehme ich mir mal hier hin sehr schön äh, dann hier 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 können wir das natürlich auch offen lassen aber ich finde, wenn hier einer hinkommt ist es gar nicht schlecht ist gar nicht so verkehrt so, dann käme hier einer hin genau zack da einer hin und hier einer hin also das Projekt ist mal wieder mh, mir so ein bisschen glitten was die Größe angeht und was hier besonders anstrengend war sage ich jetzt mal ich glaube, das wäre dann die letzte ja, das wäre dann die letzte das reicht aus weil hier kommen ja auch überall noch Fackeln hin ist ja mal nicht so weil hier in den Wänden werden ja auch noch Fackeln verbaut heiler Dauts ah, hier kommt ja dann das so hier wäre das dann wieder ja, so zack, zack und das coole an der ganzen Sache ist ähm das richtig Geniale ist dass ja irgendwann mal blaues Licht kommt was macht das? es leuchtet blau ja, wir kriegen ja irgendwann die blauen Laternen sozusagen und wenn wir die erstmal haben dann müssen wir alle Laternen die hier drin sind nochmal durch blaue Laternen ersetzen natürlich das heißt hier kommen dann überall blaue Laternen hin und ich glaube dann wirkt das Ganze nochmal ein bisschen anders mh, ich weiß nicht ob wir dann den Boden auch nochmal andere Laternen machen ach komm hier können wir noch eine hinsetzen, oder? hier so hier so ja, das ist jetzt die Frage, ne? wenn ich sie hier so hinsetze äh, hätte es zu beiden Seiten zwei ja, komm wir, lass uns nicht lumpen ist ja oft so weil so Marktheilen dass da sehr ähm viel Beleuchtung gerade verbaut wird, ne? um dem Kunden ein angenehmes Gefühl zu verpassen mh wohl hier sind es auch vier hier sind es drei hier sind es zwei ne, dann müssen wir es hierhin machen ja, 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 ja Opa spielt in Ekstase gerade also in, äh äh, ne? ihr wisst schon man hat immer einen Platz zu wenig das ist auch schon mal aufgefallen man hat immer irgendwie einen Inventarplatz zu wenig so dann wird das ja hier hinkommen hatte ich ja gesagt, ne? sagtet ihr ja? so und da kommt jetzt wieder glatter Sandstein drauf zack zack ja, das kann man machen so und hier sind es dann wieder zwei äh, ich baue dir jetzt mal ein oh, eine Nachricht hehe und dann machen wir die hier weg oder? dann mache ich die hier wieder weg dann kann ich die Stände nämlich besser planen wenn die hier weg sind kann ich hier in der Mitte dann immer die Werkbank hinstellen für den jeweiligen Ferndorfhändler und das kriegen wir dann auch schon beleuchtet hell genug ist, dass hier spawnen keine Monster und der hier ist total falsch an der Stelle äh, da muss nämlich hier eine Säule hin so so ach der war, auch die Säule war falsch naja gut ja, ihr könnt ja mal schreiben ähm ja, ich weiß ihr seid jetzt bestimmt nicht begeistert davon dass ich jetzt nicht mehr so oft hier über den Eta flimmere allerdings gibt es ja auch andere noch äh, den Shadow und so die machen ja auch noch Sachen gerade und ja da könnt ihr auch mal vorbeischauen auf jeden Fall das ist eigentlich ganz schick, ne mit der grauen Wand da im Hintergrund hm und ich plane ja auch momentan so viel um das ist ja echt grauenhaft hier würde es dann so kommen wahrscheinlich, ne dass wir hier den Weg eingerahmt haben ja, auf jeden Fall oh, ich will das jetzt aber auch nicht alles noch ein nach hinten setzen, ne wohl cooler wär's schon cooler wär's schon wenn man jetzt hier noch überall äh, das ist noch ein bisschen aushüllt oh, Mist das war jetzt ein bisschen viel ausgehöhlt und dann hier halt jetzt, äh, erst den des Krams hin macht, ne so puh ja, das ist natürlich irgendwie schon besser kann man jetzt mal nicht anders sagen weil man dann ja auch noch die Möglichkeit hätte ah, soll ich das alles jetzt noch ein reinsetzen oder nur manche nur zum Beispiel diesen und diesen und den hier dann rausstehen lassen vielleicht übertreibe ich es auch einfach mit den Details es ist manchmal wirklich so dass ich mich da zu sehr verliere im Detail ähm oder ich brauche ja nicht alles umgestalten ich kann ja nur bestimmte Bereiche auch naja, warte mal ähm vielleicht verliere ich mich da manchmal zu sehr im Detail aber man könnte jetzt ja so sagen so, ne das ist ja der Klassiker eigentlich ach, es sieht schon cooler aus, ne das ist das Schlimme es sieht schon cooler aus und wenn wir das dann machen, dann müssen wir auch das machen ähm weil die Markthalle hat schon äh, ganz schön Aufwand also da betreibe ich schon ganz schön Aufwand um die hier zu bauen und äh wenn ich die jetzt okay, warte mal dann kommt hier oben ja die Stufe hin ne die Stufe Moment naja und hier würde dann die Scheibe hinterkommen das ist es wieder das Lied was so ewig lange geht ich mach einfach mal das nächste und das nächste das sieht schon schicker aus als das jetzt ne im Vergleich oder da wirkt die Halle auch noch ein bisschen tiefer einfach okay, passt auf ich mache alle äh Dreierfelder werde ich jetzt so umändern arg ähm alle Dreierfelder so umändern das ist ja ein Viererfeld hier das würde dann wieder rausstehen ne das heißt eigentlich ist es auch kein Viererfeld eigentlich müsste man das so machen ne dann ist das auch ein Dreier das ein Dreier ja so passt es so wird ein Schuh drauf oder man macht das halt hier nur im hinteren Bereich ja ja Fragen über Fragen das Schöne ist dass hier echt alles Stein ist das richtig Schlechte war dass es teilweise nämlich gar kein Stein war sondern äh Sand und Kies und das ist dann richtig unangenehm und ich hatte sogar hier im hinteren Bereich dass mir hier wieder der Sand entgegen gerieselt kam das war vielleicht äh ätzend äh ja das war schon ziemlich nicht sagen wir mal es war nicht so schön aber es ist schon so ist schon ganz schick ne hier so machen und dann da irgendwie eine Fackel reinstellen oder so man könnte ja sogar noch sagen man könnte hier sogar noch eine Fackel hinter stellen aber das halte ich jetzt für übertrieben da kommen dann hinterher diese blauleuchtenden Fackeln hin das sieht dann bestimmt cool aus ne wenn dann hier so eine blauleuchtende Fackel ist okay vielleicht lasse ich das im vorderen Bereich so und mache im hinteren Bereich mache ich das dann so abgekästelt weil hier war alles Dreierfelder bis auf hier da war kein Dreierfeld okay ich mache noch mal eins damit wir hier so ein bisschen äh gucken können guckst du ja so ja genau äh hier wäre das hier dann so oh jetzt schreibt mich einer an oder was oder was ist hier los äh das ist richtig so die können wir weg die brauchen wir jetzt gerade nicht ja und ich muss noch mal gucken wie viele Berufe es überhaupt gibt so viel waren das nämlich im Endeffekt gar nicht klar so Fischer und sowas die können ja alle ihr Kram hier unten anbieten ist ja kein Problem äh der Kellermarkt ist ja so groß wie wir ihn bauen sozusagen äh wir sind da nicht ganz räumlich eingeschränkt oben wie in Hunsgrab und in Hunsgrab ist ja echt das größte Problem dass wir äh räumlich teilweise echt eingeschränkt sind weil die Grundfläche zum Bau nicht mehr so groß ist aber guck mal das sieht schon cool aus ne ich glaube ich mach das hier so im hinteren Bereich dann mach ich den auch noch so hier pass auf den mach ich auch noch so äh und im vorderen Bereich dann haben wir so ein bisschen Variationen drin das ist auch gar nicht schlecht wir kriegen ein bisschen mehr Tiefe rein wir brauchen einfach mehr Tiefe es kann doch nicht so weiter gehen und die Scheibe ist kaputt es kann doch nicht so weiter gehen ähm das kommt auch raus hier brauchen ein bisschen mehr Tiefe in unseren Räumen hier weil sonst sieht das aus wie ein Bahnhof und zwar wie ein hässliger Bahnhof und das wäre natürlich nach der ganzen Arbeit die ich mir gemacht habe und Freunde es war wirklich äh für mich war es echt Schufterei denn es war sehr monoton äh ich bin nicht so der jenige der da stundenlang äh so monotone Arbeit ich meine ich mache das wenn es unbedingt nötig ist ne also wenn ich hier so was schönes hinterher dann habe dann freue ich mich ja auch guck mal da können wir dann auch Stufen dran machen so äh natürlich keine blauen könnten wir auch machen obwohl das dann blöd aussieht ne ja es sieht blöd aus äh ne blaue Stufen wollen wir nicht wir nehmen die zack und zack ja schön das kommt natürlich alles noch ein tiefer weil hier kommt ja auch überall noch äh kommen überall noch die Latüchten hin und zwar kommen die hier so am Wegesrand dann sozusagen hin ja hier am Wegesrand kommen dann die Latüchten hin und hier müssen wir ja noch ganz hinten an den Stieg ran das wird dann hier so passieren okay hier kommt dann auch ne Laterne hin ja Leute ihr wolltet ja ne Folge haben jetzt habt ihr den Salat jetzt habt ihr nämlich die Tristesse des Bürgermeisters äh die momentan herrscht hier mit diesem Mark der mich echt an meine Grenzen bringt ja ach guck mal das ist eigentlich ganz nett aber wie schon gesagt die Lampen hier kommen raus die das mach ich auch gleich weg jetzt ich mach die jetzt auch gleich raus ähm weil ich kann das auch eigentlich auch so machen oder rein und dann zwei hoch zack zack überhaupt sieht man nicht mehr okay die kommt auch raus und die kommt auch oh ah die kommt so raus so weg mit dir zack 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 und hier weg mit dir die beamt er mir dann hoch die kommt auch raus weil wie schon gesagt das mach ich jetzt nicht weil mir das jetzt ob der farblich oder so nicht gefällt sondern nur aus dem einzigen Grund guck mal da habt ihr gesehen wie die eben aufgetaucht ist dazwischen ja hat sich dann doch umentschieden nochmal ja und hier kommt dann sozusagen äh das hier weiter das ist nicht mehr so schlimm das jetzt aussehen aber diese große Halle das war schlimm dann geht das hier einmal durch in einer gewissen Breite bis zum Stadion oder so und dann auf der anderen Seite wieder zurück in der Form da haben wir wie so ein U aber ich werde jetzt erstmal nur hier ein paar Stände hin machen und dann werde ich hier erstmal abbrechen ne und das gefällt mir ganz gut dass das dann so äh übergeht hier sozusagen das wäre dann bis hier und guck mal das ist genau die Flucht hiervon das passt dann ja 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 doch das das kann man so machen das kann man so machen ja das machen wir auch so äh hier wäre das ja wieder dann normal also äh was heißt normal hier könnte eigentlich wieder ein Raum hin ne hatten wir ja mal gesagt dass wir diese großen Dinger hier als Räume wenn dahinter noch Räume machen wollen dann zeichne ich mir das schon mal so an dass hier dann noch ein Raum hinkommt und merkt ihr das ich bin wie so ein Maulwurf hier ich bin nur unter Tage das macht mich fix und fertig Freunde so haben wir wieder so ein Element hier kommt einfach in eine Säule rein man könnte auch warte mal ich kann ja keine ah doch ich kann aus Andesit theoretisch ah ne komm her da bleibe ich jetzt bei da bleibe ich jetzt bei hier machen wir nur so Säulen hin so zack ich komme auch so eine hin zack und hier ist wieder ein Dreierfeld aber das wird ein normales Dreierfeld wie wir die anderen auch gemacht haben im vorderen Bereich dann haben wir ein bisschen Variationen drinne das ist dann nicht schlecht aber auch nicht zu viel schon immer noch ein bisschen das Ganze so einigermaßen symmetrisch ist so zack und zack ja eigentlich ist die Folge hauptsächlich da um mich hier zurück zu melden und zu sagen macht euch keine Sorgen Leute also keine Panik auf der sinkenden Titanic alles ist gut wie schon gesagt nur die Zeit ist momentan einfach sehr gemein zu mir hier vorne könnte man das theoretisch auch noch machen dass man die einen zurücksetzt weil das ist auch schon schön hier hinten das bringt dann einfach so ein bisschen Abwechslung rein ähm ja das machen wir auf jeden Fall hier kommt das überall so ah gut Freunde das war erstmal wieder meine Lebenszeichen hier aus Sonsgrab also keine Panik alles ist gut ähm es geht weiter nur halt vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig erstmal so dann kommt hier so ein halber rein so ein halber Typ und der kommt raus und da kommt ein Glas rein und eine Lampe vor schön ach so ja und das sieht jetzt nur anders aus weil hier noch die Ecken fehlen klar hier kommen noch die Ecken rein so wunderbar und beim nächsten Mal können wir dann ja hier mal ein paar Marktstände anlegen dann müssen wir uns dann nur die Grundgedanken machen wie so ein Marktstand aussehen soll ich hatte schon überlegt ob ich den mit Kürbissen an den Seiten mache das würde dann auch noch ein bisschen Beleuchtung bringen aber ich werde das wohl eher so machen wie bei den hier bei den Dingern dass ich da einfach eine Lampe reinhänge dann ist es auch hell genug und ihr seht ja die äh Händler ne gefällt euch so der Marktstand ne und aber es soll dann auch so sein dass die wirklich nebeneinander stehen das heißt dass die angrenzen es wird dann also ein bisschen schwer dass derjenige der da drin steht auch den Beruf annimmt den er hier sozusagen äh ihr wisst schon den er hier verkündet sozusagen oder den er hier äh ja den er darstellen möchte weil es kann dann sein dass der den Beruf vom Nachbarn annimmt äh wahrscheinlich müssen wir erstmal einen ausbilden ja und das dann eventuell wegreißen oder stehen lassen ich weiß es noch nicht so richtig das weiß ich noch nicht man kann natürlich auch die äh Werkbank hier unten reinsetzen aber das finde ich blöd das finde ich blöd dann haben wir hier schon einige ne hier haben wir hier hätten wir dann äh zwei hier hätten wir sogar drei eventuell äh ja der Witz ist man wird das dahinter kaum noch sehen hinterher ne vielleicht macht die Marktstände auch einfach ein bisschen kleiner noch die hier sind dass ich die nur so ganz ganz klein mache dass hier dann sozusagen schon die Werkbank ist und da vorne mhm ja muss ich mir noch überlegen wie schon gesagt es ist noch sehr viel Planungsarbeit die noch fehlt ja ja schon noch einiges vielleicht habt ihr einige coole Ideen äh wie wir das Ganze hier dann einrichten können mit den ganzen Dorfbewohnern die muss ich dann alle mit dem Boot hier runterholen das wird auch nochmal so eine Nummer ich gehe jetzt aber mal wieder ins Tageslicht und hier die ganze Decke ne mit diesen Lampen hier mit diesen Elementen versehen eieiei aber das kriegen wir alles hin das kriegen wir alles hin ich gehe jetzt einmal wieder hoch Arbeitstag beendet äh Kurzarbeit in Hunskrab sozusagen und ich sage von dieser Stelle liebe Leute gehabt euch wohl spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen bis zum nächsten Mal euer Opa Ceron no Bis zum nächsten Mal.